Willkommen zum letzten Vortrag vom Mittagennahmittag, ein Bildmodell vom Bestand. Es sind im Grunde drei Fragen, die wir mit euch in den Raum stellen möchten. Was ist der Unterschied zwischen einem Bildmodell und einem BIM-Modell im Neubau? Wie muss ein Bildmodell aufgebaut und strukturiert sein, damit man es unmittelbar weiterverwenden kann? Und wieso liegt im Bestand ungleich grösseres Potenzial als im Neubau? Ganz kurz zu uns oder zur AMQ, ein klassisches Engenierbüro für Messung und Planung. Wir sind in Kalbdau-Grabünden, Zürich und Aargau und sind vor rund 50 Jahren gegründet worden. Unsere Kernkompetenz liegt an sich in der Vermessung, wie es schon gesagt hat, Bau und Planung. 1998, also mittlerweile vor 25 Jahren, hat man sich dann spezialisiert auf das Geschäftsfeld Architektur und Gebäudevermessung und hat dort angefangen, Gebäude mit der berührungslosen Messtechnik zu vermessen. Auch wieder bald zehn Jahre her haben wir 2015 eine eigene Offshore-Produktion HMQAsia in Indonesien gestartet und erfolgreich aufgebaut. Und das ist hier, wo wir heute stehen. Wir, die HMQ, realisieren beamfähige 3. Modelle vom Bestand anhand einer Gebäudeaufnahme mittels Laserscanning. Ganz kurz zu mir, Daniel Galtenbei. Ich bin seit 15 Jahren bei der HMQ. Ich bin dort in der Geschäftsleitung und zusammen mit meinem Geschäftspartner Daniel Kegi zuständig für den Bereich Architektur und Gebäudevermessung. Ich bin grundsätzlich gerne in den Bergen. Das war auf dem Pizepalui, das war ein Highlight für mich. Die, die es kennen, vielleicht den Bianco Grat. Dort war ich noch nicht. Also bei mir ist das so. Ich laufe gerne hoch. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich fahre viel lieber den Berg ab. Entweder mit dem Bike oder mit dem Ski. Das hier ist gerade ein Bild vom Barhorn im Wallis, wo ich mit dem Velo unterwegs bin. Ich bin Daniel Kegi und wie der Dani gesagt hat, der Geschäftspartner von ihm im Bereich Architektur und Gebäudevermessung. Zum improblichen Werdegang. Ich bin Geomatik-Ingenieur und seit jetzt bald 20 Jahren leidenschaftlicher Vermesser. Bevor wir aber, jetzt möchte ich noch etwas von euch wissen, zum Start. Und für das könnt ihr mal alle euer Handy vornehmen, Tablet, was ihr auch dabei habt. Und könnt euch mal auf der Seite menti.com einloggen. Ich mache mir hier eine kleine Umfrage. Und zwar möchte ich von euch wissen, wer von euch schon mit einem Bildmodell vom Bestand zu tun hatte. Erfreulich, ja? Schon relativ viele, die damit zu tun hatten. Hätten wir nicht mehr so viel vorbereiten, oder? Hätten wir uns entspannter angehen, wenn alle schon wissen, worum es geht. Aber gleich 25% können wir noch abholen, denke ich. Gut, und für die anderen habe ich jetzt einen Reifrescher, oder? Einen Reifrescher, ist auch gut, ja. Alles klar. Dann gehen wir sonst gleich weiter. Genau, als ersten Punkt möchte ich euch, wenn wir mal diese Frage ein bisschen anschauen, wo sind denn die wesentlichen Unterschiede von einem BIM-3D-Modell mit einem S-Bild-3D-Modell vom Bestand. Also respektive einem 3D-Modell vom Bestand. Wir werden mal drei wesentliche Punkte aufgeführt. Und zwar einerseits natürlich ein BIM-Modell bildet den theoretischen Zustand ab, wie geplant, während das eigentlich ein S-Bild-Modell die effektive Realität abbildet, also wie gebaut. Beim BIM-Modell kann man praktisch alle Informationen zum Modell mit erfassen und mit verwalten. Demgegenüber bildet man bei einem S-Bild-Modell in der Regel nur die sichtbare Information, respektive die Geometrie, abbildet. Ein weiterer Unterschied ist, im Bereich des BIM-Modells gibt es relativ viele Normen, Verständigungen, Dokumente, wie man so ein Modell aufbauen muss, wie man das darstellen könnte. Solche Normen fehlen im Bestand fast gänzlich oder sind nur spärlich verfügbar. Ich will euch hier aber nicht mit vielen Normen und Texten zulabern. Wir schauen mal auf ein Praxisbeispiel. Das, was wir hier unten sehen, ist ein Bauernhaus mit einem Maschurteil, das man sanieren wollte und umbauen. Für diese Arbeit hat man eine Bestandesaufnahme gewünscht. Wir haben diese Bestandesaufnahme in 3D vollbracht. Und jetzt schauen wir mal auf gewisse Punkte. Was ist die Grundlage bei diesem Objekt? Einerseits ist das eine Grundlage, die man bei diesem Objekt hatte. Man kann das mit einem BIM-Modell vergleichen mit einem theoretischen Modell. In einem theoretischen BIM-Modell schaut man darauf, dass man möglichst viele rechtwinklige Sachen hat, Regelmässigkeiten, also als Beispiel, dass man eine Wandstärke regelmässig hat, dass man einen Raum nach Mass baut, mit geradem Mass, dass auch Fenster, Türen und andere Einbauelemente möglichst nach Standardmass angefertigt sind. Wenn wir jetzt mal schauen, was bei uns herausgekommen ist. Wir haben hier in orange einen Grundriss überlegt, wie effektiv der Bestand des Gebäudes war. Dann fällt uns als erstes auf, dass wir relativ grosse Differenzen zwischen den Grundlagen und dem effektiven Zustand haben. Was wir auch sehen, ist, dass das Gebäude fast überhaupt nicht rechtwinklig ist. Es hat relativ viele schiefe Winkel drinnen und wir haben sehr viele individuelle Objekte. Gerade bei Fenstern, Türen und auch bei den Stegen, das sind keine gleiche Masse, sondern wir haben dort grosse Differenzen. Wenn wir mal auf den Level of Information eingehen, auf den Informationsgehalt, dann ist unser Modell, das wir in diesem Fall abgeliefert haben, eigentlich ein weisses Modell. Also sprich, wir haben zu den Bauteilen selber, das sind intelligente Bauteile, aber wir haben in diesem Sinn keinen Wandaufbau als Beispiel mit definiert, weil man den einfach nicht sieht. Dann weiter können wir zum Beispiel nicht oder können wir nicht unterscheiden zwischen tragenden und nicht tragenden Elementen. Und wenn wir hier als Beispiel Steigzonen haben, Fallleitungen, Fallstränge, sind das Informationen, die teilweise nicht sichtbar sind, die man einfach nicht abbilden kann. Da ist ein weiteres Beispiel, da geht es auch noch um den Informationsgehalt, Level of Information. Da ist es so, auch hier haben wir keinen Bodenaufbau, keinen Deckenaufbau, weil der nicht messbar ist. Und weiter sehen wir auch im oberen Bereich, oben links in der Folie, dass wir gewisse Bereiche haben, wo wir zum Beispiel keinen Zugang hatten, wo wir nicht vermessen konnten. Das ist ganz wichtig, dass die Informationen in welchen Bereichen hätte man Messungen machen können, respektive keine Messungen machen können, dass man das im Modell auch sauber abbildet. Ein S-Bildmodell ist eine effektive Abbildung der Realität, ein massgefertiges, massgeschneidertes 3D-Modell der Realität. Das kann man so etwas zusammenfassend sagen zu diesem Punkt. Zusammengefasst kann man das als Punkt Level of Geometry eigentlich so abbilden. Jetzt gehen wir aber noch weiter. Ihr könnt auch euer Handy noch einmal vorne nehmen. Wir machen noch einmal eine Umfrage. Und zwar, diesmal geht es darum, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt. Wir haben ja gesehen, es hat schon ganz viele Leute, die mit 3D-Modellen aus Bestandesaufnahmen zu tun hatten. Jetzt nimmt es uns Wunder, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Zwei haben offenbar schon mit uns zusammen gearbeitet. Das freut mich. Drei sind jetzt zehn. Okay, unterschiedlich. Gut, nie weiter gehören wir nicht. Wir sind alle offen. Das braucht es auch, die Offenheit. Wenn wir schauen, ob wir noch bei Ebi sehr gut herbringen. Und sonst mindestens dann im Nachgang in der Networking-Zone. Wobei dort, das können wir auch nicht zufrieden stellen, aber wenn wir Gebäude vermessen haben, dann haben wir dann nächstes Jahr schon mehr bei sehr gut. Interessant eigentlich, dass so viele sind, oder? Genau, finde ich auch spannend. Also mal gut, mal schlecht. Oder wenn jetzt etwas gebraucht, mal nicht. Gut, das bringt uns zur Frage, wir haben unterschiedlich gesehen, einige sehr gut, einige gut, wie muss so ein Bildmodell aufgebaut und strukturiert sein, damit man es unmittelbar weiter verwenden und sogar auch weiterentwickeln. Ein gutes Bildmodell ist innerhalb der Toleranzen, mit plus minus zwei Zentimeter das Detaillieren geometrisch korrekt modellieren. Das ist auch das Wichtigste. Aber es ist auch so, dass es wichtig ist, dass wir die Bestmöglichkeit unsere Gleichmässigkeit und Rechtwinklichkeit mit einfliessen lassen. Der Daniel hat schon gesagt, es gibt relativ viele BIM-Normen im Neubau. Im Bestand gibt es keine mehr, eine eigene entwickelt. In einer geometrischen Detaillierungsgrad Level of Detail, LOD, wo wir uns an der SCA 2051 orientieren können. Und die Strukturierung und Aufbereitung von so einem S-Bildmodell hat Bauteile orientiert zu erfolgen. Ein gutes S-Bildmodell ist auf jeden Fall BIM-Ready. Das gleiche Praxisbeispiel, das wir vorhin schon hatten, jetzt einfach mit dem neuen Grundriss. Das Wichtigste, es muss geometrisch korrekt sein. Es bringt nichts, wenn wir anfangen zu generalisieren, weil wir haben den Auftrag, das Gebäude so abzubilden, wie es draussen ist. Wenn wir schon sagen, 5-10 cm, das lassen wir stehen usw., dann hat der Planer hinterher keine Ahnung. Der Planer kann das generalisieren und wir gehen schon hin und sagen, gibt es gleiche Elemente, gibt es Rechtwinkligkeiten, weil das ist doch etwas, das wir erfahren haben, von unseren Funden und das wir selber auch wissen, wenn es gleichmässig und rechtwinklig ist. Das hilft natürlich in der Effizienz der Ausführungsplanung enorm. Aber geometrisch korrekt müssen Sie eben sein, dieses S-Bildmodell. Was machen wir, wenn es keinen Standard gibt? Wir entwickeln selber einen. Wir sprechen hier von LED 1.50, also Level of Detail 1.50, angelehnt an die SIA 400, wo wir von 1.50 sprechen. Und das ist eigentlich unser Standardprodukt, das wir am meisten Modellen in dieser Tiefe modellieren. Hier geht es um Bauteile, Einbau und Technik. Das sind die drei Sachen. Diese Sachen sehen wir auch alle. Wand, Boden, Decke, Fenster, Türen, Tragkonstruktion. Das ist das, was das Gebäude hergibt. Dann schauen wir noch, was fest eingebaut ist. Kucke, Lichtbauwände, oder andere Einbauelemente, Einbauschränke, also was fest mit dem Gebäude verbunden ist. Und dann auch, dass ein Gebäude richtig funktioniert oder gut funktionieren kann, braucht es natürlich die Technik. Wo ist die Hauptheizanlage? Wo ist die Elektroverteilung? Wo sind die EZs? Wo fließt das Wasser? Dort fokussieren wir uns aber auf die Hauptanlage und gehen nicht auf die Stufe Lichtschalter runter. Das bringt niemandem etwas. Der LOD 1 200 ist im 3D-Fakt ähnlich wie der LOD 1 250. Das sind kleine Nuancen, die man vielfach auch pro Gebäudentyp nicht unterscheiden kann. Darum möchte ich hier weitergehen. LOD 1 200 ist eine Detaillierungstiefe, die wir ab und zu modellieren müssen. Hier bewegen wir uns im Bereich Ausbrauch, Ausbruch, Rohbau. Das heisst, wenn die Gebäude komplett rückgebaut werden oder im Rohbau sind. Und dann geht es um die natte Geometrie. Boden, Wald, Decke, Löcher. Also wir bilden nichts mehr an. Ganz pragmatisch. Und darum ist das viel im Ausbrauch und Rohbau so. LOD 1 500 ist dann ein Aufnahm nur von aussen und auch eine Auswertung nur von aussen. Das heisst, da beschränken wir uns wirklich auf den Volumenkörper von aussen. Am anderen Ende, von der Gnauigkeit, oder eben nicht von der Gnauigkeit sondern von der Detaillierung, ist der LOD 1 zu 20. Mit dem haben wir auch oft zu tun, weil wir viel auch mit Gebäuden zu tun haben, die bösen Denkmalscharakter haben, Denkmals geschützt sind. Und da geht es dann um Themen wieder Innenausbau. Also Brustteffer, Waldteffer, Deckenstukaturen, die eben auch modelliert werden. Weil das Gebäude auch die Schutzwürdigkeit hat. Dann auch die Treppenäuser typischerweise sind auch so Elemente oder Treppengeländer, die vielfach noch geschützt sind. Vorher war mir nicht so bewusst, aber auch dort, dass man eigentlich die Geländer sehr genau modelliert und auch die ganzen Treppenaufgänge. Und nachher auch bei den Fassaden gibt es durchaus Elemente, Zierstäbe oder auch Possensteine, fassadengerechte, steigerechte Auswertung, die dazu führen, dass man die Detaillierung auch mit dem Kunden so festlegen tut. Am Ende des Tages, was ihr mitnehmen wollt, ein gutes S-Bildmodell ist bauteilorientiert. Wir haben Bauteile, wir haben Einbau, wir haben Technik. Bauteile sind rot markiert, nochmals Boden, Wand, Decke, Fenster, Türen. Dann haben wir Einbauelemente, hier jetzt grün markiert und eben sanitäre oder technische Anlagen blau markiert. Wenn das ein Bildmodell so aufgebaut ist, haben wir zwar gewisse Informationen nicht rein, wie Dani gesagt hat, den Wandaufbau oder so, aber es ist beim Reden, zum Weiterentwickeln. Dann kommen wir vielleicht zum Schluss nochmals zu einer kätzerischen Frage, ein wenig provokativ vielleicht. Wieso, Dani hat die Frage am Anfang in den Raum gestellt, wieso liegt im Bestand ungleich grösseres Potential als im Neubau? Wenn wir uns mal einen Überblick verschaffen über den Immobilienmarkt in der Schweiz. Wir haben hier eine Statistik vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2020. Die Statistik zeigt alle Gebäude in der Schweiz mit Wohnnutzung. Wir haben insgesamt 1,8 Millionen Gebäude in der Schweiz mit Wohnnutzung gegründet. Wenn wir mal schauen, wie diese sich so ein bisschen zusammensetzen. Wir haben einen kleinen Teil, 0,6 Prozent. Sie werden 10'000 Neubauten pro Jahr realisiert in der Schweiz. Auf der linken Seite sehen wir, wir haben 50 Prozent von allen Gebäuden älter als 50 Jahre alt. Weitere 30 Prozent von allen Gebäuden sind älter als 20 Jahre. Also sprich, 80 Prozent von allen Gebäuden mit Wohnnutzung in der Schweiz sind älter als 20 Jahre. Wenn wir uns jetzt ein bisschen die Thematik Nachhaltigkeit, die Effizienz, die Gebäude werden saniert ein bisschen anschauen, dann sehen wir, dass da ein gewaltiges Potential vorhanden ist. Und zwar für die ganze Baubranche. Wir als Vermesser sind auch nur ein kleiner Teil der ganzen Baubranche. Und da haben wir ein riesiges Potential, wenn wir gute Bestandesmodelle in 3D aufbauen können, wo wir nach einer effizienten Planung darauf folgen lassen können. Das wäre es so zu unserem Vortrag, zu unseren Punkten. Wir wollten einen praxisneuen Einblick geben in unsere tägliche Arbeit, die wir machen. Und für Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Jetzt gerade hier, später in der Networking Zone oder dann auch bei uns direkt am Stand. Danke für die Aufmerksamkeit.